Hallo liebe YouTube-Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute geht es mal wieder um ein ganz neues und spannendes Thema. Und zwar habe ich mich dafür entschlossen, auch auf meinem Dach eine Solaranlage zu installieren. Ja, ich habe mich natürlich im Internet sehr viel umgeschaut, geguckt, welche Lösung es da gibt. Sowohl Miet- als auch Kauf-PV-Anlagen. Und ich habe mich letztendlich dafür entschlossen, eine Miet-PV-Anlage von der Firma Enpal aufs Dachzimmern zu lassen, wie man so schön sagt. Und ich möchte euch die Möglichkeit mit den heutigen und den nachfolgenden Videos geben, das Ganze Step-by-Step mit zu verfolgen, um vielleicht auch den einen oder anderen seine Frage diesbezüglich geben zu können. Ja, was bekomme ich nun für eine Anlage drauf? Wie gesagt, es handelt sich dabei um eine Miet-PV-Anlage der Firma Enpal. So soll das Ganze denn mal aussehen, zumindest auf einer Dachhälfte. Und ja, es ist eine Anlage mit 38 Modulen verbaut. Insgesamt das Ganze denn mit 15,58 kW Peak-Leistung. Warum habe ich mir so eine große Anlage ausgewählt? Ganz einfach vor dem Hintergrund. Der eine oder andere hat es vielleicht schon bemerkt, zumindest die, die meinen Kanal regelmäßig verfolgen. Ich fahre ein Elektroauto und ich möchte auch die Möglichkeit haben, die PV-Anlage dahingehend zu nutzen, dass ich darüber auch mein Elektroauto aufladen kann. Das Ganze besteht aus mehreren Komponenten, heißt die PV-Anlage als solches, den Wechselrichter, dann haben wir noch die Smart-Home-Steuerung, dann haben wir natürlich noch ein 10 kW Speichermodul verbaut. Ja, und ich habe mich, wie gesagt, aus Gründen der Bequemlichkeit, muss ich ganz ehrlich auch gestehen, weil ich auch nicht so viel Ahnung davon habe, wie eine PV-Anlage gewartet werden muss oder welche Inspektionssachen da auch von hinzukommen, habe ich mich dafür entschlossen. Eine mit PV-Anlage bei mir zu installieren. Ja, wie gesagt, das soll dieses kurze Einführungsvideo sein, über das, was jetzt in den folgenden Videos kommt. Die Anlage wird bei mir morgen installiert werden. Auch da wird es ein Montagevideo geben, dann wird es ein Elektriker- oder Anschlussinstallationsvideo geben und es wird natürlich auch ein Inbetriebnahmevideo geben. So, und ich hoffe, wenn dann der erste Monat rum ist mit erfolgreicher PV-Einspeisung, möchte ich euch natürlich auch ganz transparent und offen die Fakten auf den Tisch legen. Und dann, was hat die Anlage gebracht, wie weit konnte ich die Anlage für mich nutzen, heißt sowohl Eigenverbrauch fürs Haus, dazu noch die Auflademöglichkeit mit dem Auto und euch sozusagen einen transparenten Überblick geben über die Rentierbarkeit der Anlage. Wie gesagt, ich weiß, der eine sagt, nee, Miet-PV, das ist alles gar nichts für mich. Der andere sagt, nee, du musst unbedingt nur kaufen. Ich sage immer so, jeder kann für sich Gründe für das Für und Wider finden. Ich habe mich für diese Lösung entschieden und möchte euch meine Erfahrung mit dem heutigen und den Folgevideos teilen. Also, seid gespannt. Bis zum nächsten Video. Euer Alex. Ciao. Ciao. Ciao.